Trosec Auf keinen Fall, meine Haarfarbe ist eiskal Färben meine Haare 100 pro Die Auffällung steigt sowieso 6% H2O Jenkins ist der absolute Pro Bitte keine Farbe, pack die Tube weg Mach mir lieber eine Tönung, denn das hält perfekt Ich will keinen Gelbstich, hol das Lila raus Mit New Yellow Shampoo sieht das Ganze super aus Zum Glück hast du Haarkorn am Start Wir pflegen und pflegen, sonst brechen sie ab Nicht okay, meine Haare bleiben dran oder ich geh Meine Haarfarbe ist eiskalt Alle machen Auge auf mein Haarstyle Sie wollen Eisbund, aber nein, nein Wenn die Haare brechen, dann auf keinen Fall Auf keinen Fall, meine Haarfarbe ist eiskalt Alle machen Auge auf mein Haarstyle Sie wollen Eisbund, aber nein, nein Wenn die Haare brechen, dann auf keinen Fall Auf keinen Fall, meine Haarfarbe ist eiskalt Okay, also du willst alle Haare Ein möglichst weißes Blond, dann verstehe, was ich sage Das ist ne Kostenfrage Blond ist ziemlich teuer und nicht einfach nur ne Farbe Eu und Feo, Melanie, das wird zu tricky Noch dafür wirst du schöner als Kardashian und Nicki Haya, Linde, Ki, Ombre, Lerbe, Aski Amazen, Boya, Densia, Tomaski, interessant In Deutschland war ich früher nicht bekannt Heute international, oha, Gott sei Dank Deine Haare färben wird etwas riskant Und dein Blond wird glänzen wie ein Diamant Meine Haarfarbe ist eiskalt Alle machen Auge auf mein Haarstyle Sie wollen Eisbund, aber nein, nein Wenn die Haare brechen, dann auf keinen Fall Auf keinen Fall, meine Haarfarbe ist eiskalt Alle machen Auge auf mein Haarstyle Sie wollen Eisbund, aber nein, nein Wenn die Haare brechen, dann auf keinen Fall Auf keinen Fall, meine Haarfarbe ist eiskalt T.V.